Neues zum Thema Rentenerhöhung 2024. 3,5% Erhöhung, 5% Erhöhung, 6% Erhöhung oder darf es doch noch ein bisschen mehr sein? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, das Thema Rentenerhöhung 2024 ist ja im vollen Gange. Vor kurzem haben wir ja erfahren, so laut den Aussagen der Bild-Zeitung, das wurde dann auch durch verschiedene andere Medien aufgenommen, dass es wohl im Jahr 2024 zum 1.7.2024 3,5% Rentenerhöhung geben soll. Wir haben dann dazu, weil wir da auch ein bisschen andere Informationen verbreitet haben, Wir haben also zum Beispiel in verschiedenen Videos oder in einem Video dann mitgeteilt, dass wir davon ausgehen, anhand der Lohnentwicklung in Deutschland, aktuell bis zum Ende des zweiten Quartals diesen Jahres, wir davon ausgehen, dass wir eine Rentenerhöhung erwarten, irgendwo im Bereich 5, 6, 7%. Das wurde im Übrigen dann auch durch andere bestätigt, wie zum Beispiel Herrn Raffelhüschchen, Professor Raffelhüschchen und so weiter. So, jetzt kriegen wir hier auch Mails in die Kanzlei und die fragen uns jetzt, wie kann die, wie kommt es zu dieser Diskrepanz, also was ist da eigentlich los? Warum jetzt auf einmal 3,5% und Sie sagen 6% oder was, wie sieht es aus? Erstens, meine Damen und Herren, damit das ganz klar ist, wir haben nicht gesagt, dass es 6 oder mehr Prozent geben wird und dass das feststeht, sondern wir haben das geschätzt, wir prognostizieren das und zwar haben wir hier valide Daten zugrunde gelegt, dieser Schätzung, nämlich die Lohnentwicklung bis zum zweiten Quartal 2023. Die 3,5%, die hier in den Raum geworfen worden sind, kommen aus einem aktuell, heute ist der 8.11.2023, nicht veröffentlichten Rentenversicherungsbericht der Bundesregierung für das Jahr 2023. Was uns aber vorliegt und das möchte ich Ihnen mal zeigen, damit Sie mal sehen, wie die Daten sich auch letzten Endes entwickeln, ist der Rentenversicherungsbericht des Jahres 2022. Und da gucken wir uns, den gucken wir uns mal an, der ist nämlich ganz interessant. Und in diesem Rentenversicherungsbericht der Bundesregierung, ich mache den mal ein bisschen größer, auf der Seite 49, ich scrolle da mal runter, gucken wir uns das mal an, steht folgendes geschrieben. Mal gucken, ja, hier haben wir es. Genau, hier steht, Durchschnittsentgelte der Versicherten, die aktuellen Rentenwerte, Anpassungssätze und Beitragsbemessungsgrenzen in der allgemeinen Rentenversicherung von 2022 bis 2036 in den alten Ländern in der mittleren Lohnvariante. Meine Damen und Herren, das, was Sie hier sehen, ist aufgrund des Schätzerkreises, damals im Rentenversicherungsbericht geschätzt worden. Und zwar wurde für das Jahr 2023, gucken Sie bitte hier ganz genau hin, eine Anpassung, eine Rentenanpassung von 3,53 Prozent für den Bereich West vorhergesagt. Damals in der Prognose. Jetzt erinnern Sie sich doch aber bitte mal, was ist denn im Jahr am 1.7.2023 passiert? Wie hoch war denn da die Rentenanpassung im Westen und im Osten, meine Damen und Herren? Das sind doch ganz andere Werte. Das heißt also, wir hatten ja im Westen eine Rentenanpassung, ich glaube, von 4,39 Prozent und im Osten von 5,68 oder 5,86 Prozent. Das heißt also, diese Werte, die wir hier haben, diese Prognosewerte, die stimmen doch mit dem gar nicht überein, was dann tatsächlich an Rentenerhöhung für nächstes Jahr zum Beispiel zu prognostizieren sind. Gucken Sie bitte mal hier, für das Jahr 2024 kommen wir hier auf eine Prognose von 3,46 Prozent. Das sind doch aber alles nur Schätzungen und keine feststehenden Zahlen. Ich arbeite grundsätzlich immer mit validen Zahlen, mit Zahlen, die dann auch wirklich irgendwie handhabbar sind, wo wir uns letzten Endes auch sagen können, ja, das ist griffig. Ja, aber das hier ist eine Schätzung. Sie ist vielleicht, ja, ein Hinweis. Aber das ist der Rentenversicherungsbericht aus dem Jahr 2022 und der beruht ja da auf Zahlen, die im Jahr 2022 galten. Für das Jahr 2023, der neue Rentenversicherungsbericht, den ich persönlich noch gar nicht kenne, soll es wo angeblich eine Schätzung für das Jahr 2024 Rentenerhöhung von 3,5 Prozent geben. Das würde sich im Übrigen mit dem decken, was hier drin steht. Ja, aber ganz vorsichtig würde ich da sein, weil in dem Rentenversicherungsbericht mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit noch nicht die Zahlen der Lohnentwicklung aus dem Jahr 2023 verarbeitet worden sind. Das gleiche Problem hatten wir ja auch mit dem Rentenversicherungsbericht im Jahr 2022. Ich habe es Ihnen ja gezeigt, hatten wir hier für die alten Bundesländer 3,53 Prozent geschätzt, aber in Wirklichkeit waren es dann 4,39 Prozent, also doch schon eine erhebliche Abweichung. Meine Damen und Herren, was ich Ihnen auch noch zeigen möchte, ist das hier. Und zwar haben wir hier, also vom Bundesamt für Statistik, habe ich mir mal den Datenvergleich, die Entwicklung der Preise, Preisveränderungen bis zum Ende des dritten Quartals mir mal herangezogen. Und dann habe ich mir einfach mal hier, das sehen Sie hier auf der rechten Seite, wo diese vielen Ausschläge sind, mal die Grafik herangezogen für die Lohnentwicklung. Und zwar haben wir hier schon für die drei Monate Juli, August, September 2023 Hinweise für die Lohnentwicklung. Und zwar haben wir hier auf dem grünen Balken insgesamt im Monat Juli eine Lohnentwicklung von 7 Prozent Lohnsteigerung gegenüber dem Vorjahr. Im Monat August 6 Prozent Lohnsteigerung gegenüber dem Vorjahr. Und im Monat September 2023 6,1 Prozent. Im Übrigen der Verbraucherpreisindex im September 4,5 Prozent, der ist ja schon bekannt. Das heißt also, die Inflation war da hier schon rückläufig. Und hier hatten wir noch 6,1 Prozent. Und Sie sehen, im Februar 2023 hatten wir eine Inflation von 8,7 Prozent. Das heißt also, wenn wir uns das ganz genau angucken, dass wir im Grunde genommen ab Januar 2023 definitiv eine deutliche Lohnsteigerung haben, die weit über 3 Prozent ist bis zum Ende des dritten Quartals 2023. Das bedeutet selbstverständlich auch, dass diese Zahlen, die ja noch nicht Gegenstand des neuen Rentenversicherungsberichts sein können, dann aus meiner Sicht dann Gegenstand der Berechnung der neuen Rentenwerte zum 1.7.2023 sind. Das bedeutet auch für mich, meine Damen und Herren, dass wir eine Rentenerhöhung zu erwarten haben, die eben nicht bei 3,5 Prozent liegt, sondern einfach höher sein muss, wenn wir nicht im letzten Quartal 2023 noch einen absoluten Einbruch in der Lohnentwicklung haben, sodass wir dann tatsächlich nur mit einer Rentenerhöhung von 3,5 Prozent zu rechnen hätten. Ich gehe aber aktuell davon nicht aus. Aber, meine Damen und Herren, das ist auch bloß eine Annahme, eine Schätzung. Es ist keinerlei feststehende Geschichte, sondern letzten Endes bekommen wir vom Bundesminister für Arbeiten Soziales im März nächsten Jahres, März, April nächsten Jahres dann die aktuellen realen Zahlen. Alles, was jetzt an Zahlen genannt wird, auch durch mich, ist letzten Endes nur Schall und Rauch, sondern dient nur als Hinweis darauf, wo es hingehen könnte. Ich glaube nicht, dass wir es mit einer Rentenerhöhung von 3,5 Prozent zu tun haben. Das würde praktisch im Grunde genommen der Lohnentwicklung bis Ende September 2023, ich hatte es Ihnen in der Übersicht gezeigt, völlig entgegenstehen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenscheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.